ProInfirmis Kommt am Mittwoch 10. Mai auf den Bundesplatz Bärer und setzt ein Zeichen für die Politik, die alle teilhaben. Informationen und Anmeldungen findet ihr auf ProInfirmis.ch Menschen mit Behinderungen sind ein Teil unserer Gesellschaft. Es fehlt aber an Sichtbarkeit im Alltag, im Beruf und auch in der Politik. Mit der Kampagne, und jetzt zu erinnern, ProInfirmis möchte die Achtung auf das Thema bringen. Die Menschen mit Behinderungen sind, ihre Begründungen, aber auch ihre Begründungen und Kompetenzen. Die Begründung muss sich klar sein. Wir beginnen nach 15 Uhr mit einer Rätrospektive von der Session von Menschen mit Behinderungen mit den Mitgliedern der Politik nationalen. Wir kennen uns mit den Mitgliedern in der Situation Handicap 2023 für den Nationalen Conseil. Und am Ende, wir sprechen von der Initiative für die Inklusion. Das Publikum erwartet ein interessantes Programm mit einer Mischung aus Politik, Unterhaltung, Kunst und Kultur. Zusammen sein, miteinander sprechen, gemeinsam Zeit verbringen, inklusiv sein, selbstverständlich. Das Publikum erwartet ein interessantes Programm. Das Publikum erwartet ein interessantes Programm. Das Publikum erwartet ein interessantes Programm.